Tja, ich hab's gemacht Egal, da kann ich wenigstens sterben und respawn, dann hab ich wenigstens volle Hungerleiste Und da kann ich dich einfach slash kill Kill? Tatsache Ah, du hast slain bei mir, ich bin der Boss Weil er das letzte Mal meinen Penis angefasst hat Ja, normal Annikas Dungeon? Was? What? Wo bist du jetzt? Was hast du gerunden? Ich bin im Dorf, da ist ein Schild gewesen mit Annikas Dungeon, wer ist Annika? Und wieso ist da ein Dungeon im Wasser? Ja Jungs, ich bin drin Wo? Ernst? Ja Welches drin, wo drin, was drin? In der Annika, äh ne, in der Stadt Echt? Ich bin auf der anderen Seite von diesem Fortress, ja Mal gucken, ob ich euch aufmachen kann Also du bist jetzt einfach außenrum langgelaufen Außenrum, da war da irgendwo so ein Fleckchen mit Dreck Und dann konnte ich da drüber jumpen Okay Ey, wir sollten echt mal so ein Format machen mit dem Thema von wegen sinnlose Adventure Maps Ist echt so Und zu dritt versuchen wir die irgendwie zu lösen oder so Ich bin jetzt auf jeden Fall hier drin Ich weiß nicht, was ich tun muss Deswegen geh ich jetzt einfach erst mal ins Wasser Dort? Bin ich hier richtig? Die Leute? Ja, da müsste dann irgendwie wie so ein Loch nach unten kommen, da wollte ich erst hin Und dann war da so eine Wand Die, aber dann Nein, das ist meins! Woher weißt du das so genau? Wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Magie Keine Ahnung, wo TK ist Ich auch nicht, deswegen Der TK ist die andere Seite lang gegangen, wir müssen anders herum Echt? Nein, mein Esel! Nein! Nein! Ey, wisst ihr auch, was ich mich gerade überhaupt so frage? Am Anfang haben sie doch irgendwas von Horst gelabert oder so, ne? Von Horstutorial Wo haben wir jetzt bitte schön geritten außer den Esel? Ah, ich hab das Tor aufgekriegt Echt? Super! Oh Gott Ich bin einfach cool, ich weiß Also das Tor ist jetzt wirklich hier Yay! Oh nein! Und ich bin im Wasser gefallen! Verdammt! Mensch! Versöhn ich ja mir? TK? Äh... Ne Wie bin ich hier? Ich tp mich Egal, ich bin so lieb und schwimm den Weg Nee, das ist zu lange Ich bin jetzt auf so einer hohen, äh... Auf so einer hohen Holzinsel... Äh, Platte Ah! 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 Ich hoffe, du spielst runter Du bist fast irgendwo runtergeflogen, Alter Okay, was willst du? Hat wer was zu essen? Nein! Ich hab noch eine Krote Ich hab noch Äpfel Ohhhh... Ja, die getwitzten Äpfel vom Anfang Die wir eigentlich gar nicht haben da Gibt mir aber auch mal welche Ich glaub, wir können auch generell eigentlich auf Peaceful spielen, oder? Bisher waren ja noch nicht so viele Gegner da Ja, das war aber jetzt nicht irgendwie so k understood Ohohhh! Oh da ist eine! druckplatte treten oder wie wieso ist da jetzt so ein so ein tentakel ding runtergekommen ich habe einen hebel gefunden ich habe den umgelegt ich will auch vor einem tentakel ding tentakelt werden also mein penis kann nicht recht tagen also die map sieht auch so schon ziemlich genial aus auch wenn mann ich kein plan hat wohin alter also schön gemacht ist auf jeden fall hört doch auf euch zu bekämpfen kommt schon das ist eine adventure map und keine ich bring dich um du pisser mann ich spiel ich spiel das survival games survival games ich hab das weiße zeug gefunden die weiße lady was für eine weiße lady tot ne ich habe zucker gefunden hast du ein checkpoint gemacht ja ich bin darauf getreten achso ich dachte jetzt gar nicht so muss ich an diese an diese liaren springen rechts 6 das war alles gegen step alte stief überhaupt der bnr druck gekommen cada müssen wirklich stark als ist du wirst nicht brauchen stehen pastry die beschcled ichinhos kaputt machen und du bist auch mit spatzen Ja dann komm, wenn dessen trinke ich noch mal was, dann mach das Ich habe übrigens noch eine Axt, ich glaube ich hätte noch was kaputt machen müssen Huren Sohn Tobi, aus, aus jetzt Jungs Is it the right way? Lass uns mal gucken Ich jump einfach mal hier hin und dann jump ich einfach mal hier hin Die Situation so, voll planlos so Ja doch, ich glaube, wie sind wir richtig? Au, ich bin fahrrad Tobi da Aber ich glaube, wir sind hier wirklich gerade richtig, Alter Machen wir einen Death Timer? Könnt ihr ja mal hinter die erste Folge in den Kommentaren schreiben, dass man, dass irgendjemand einen Deathcounter machen soll Ey, das wäre awesome, mach das mal Nein, ich mach das, ich guck mir das Video an Und dann im Video blende ich das ein Ach übrigens, Checkpoint, du kannst runterspringen Nein, ich sterbe nicht Ich sterbe nicht, Mann Ich sterbe nicht, Mann Ich habe einfach nur was fallen sehen Das ist herrlich Ich will aber Jump'n'Runs Ich will aber Jump'n'Runs Das war ein Jump'n'Run Das war ein Jump'n'Run Das wusste ich gerade überhaupt nicht Also, ich weiß nicht Ich habe den Sprung geschafft Ha! Noops Wo bist du? Hier unten Warum? Ich denke mal, hier ist ein Weg nach unten Ich denke mal, dass wir hier runter müssen Hallo Tobi Nein Alter, mache die Scheißfische an die Hohen Söhne Ah, der geht weg Geht weg Oh, ich habe es doch gerade da nach unten geschafft, ey Also, wir müssen auf jeden Fall nach unten Das ist, äh Ah, Decay, musst du in mir drinnen laufen? Ja, muss ich Nein Ich stehe drauf, Decay Wenn ich Indie bin Ich weiß Ja Auf jeden Fall ist das Jump'n'Run sogar ziemlich easy Obwohl ich jetzt seit Monaten schon kein Jump'n'Run mehr gemacht habe Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so richtig Jump'n'Runs gemacht Das gibt's doch nicht Oh Okay, Jungs, ich habe eine Idee, was ich jetzt erstmal mache Ich werde jetzt erstmal mit dem Bogen diese Magma-Clubs ausschalten Ich habe übrigens elf Pfeile, falls du die noch brauchst Das wäre ganz cool, dann Zu dem Gravel-Ding, da muss man hin Äh, ja, einfach nach unten versuchen, dann zu springen Wo springen oder von drüber springen? Erstmal Aaaaaaah Autsch Steve, bleib mal da stehen Dann Helft mir Mein Magen knurrt Hört man das? Ich hoffe Brrrr Ist das sein Magen gewesen? Ja Nein Ah Hui Ich habe viele Mini Magma-Cubes, oh Gott Äh, machen die auch Schaden? Ja Okay Ich Wie er einfach nicht gesprintet ist Ja, das Problem hatte ich gerade auch Wie er einfach gesprintet ist Obwohl ich nicht wollte, dass er sprintet So Okay, ich schaff das Brrrr Autsch Okay, ich bin auf jeden Fall hier Wo bist du? Vor allem, man nimmt auch noch Schaden, wenn man die scheiß Blöcke hier runter schrinkt Das ist so doof Nein Ich hab's geschafft Erstmal heilen So So Okay, dahinten ist der Weg Ich hab einen Sattel by the way Ich hab auch einen Sattel Nein, hier geht's nicht lang Äh, geht weiter weg Stirb, stirb Verpiss durch Verpiss durch Verpiss durch Verpiss durch Alter, hier sind so viele Alter TK Jetzt hör doch mal auf deine Hör doch mal auf deine scheiß Pisskinder auf mich zu Schieben Die sind alle tot Ich hab versucht dir zu helfen Tobi fällt einfach nur die ganze Zeit runter Ah Ist hier ein Jump Point Jump Runt sind meine Präzisions Skills 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 Du isst generell boost Skills Oh Weißt du, ey Er ist vor mir gestorben Er ist vor meine Füße gesprungen Ist gestorben Ich bin übrigens das Genie Und ich bin unten Und ich habe noch ein einziges Herzchen Hast du noch Essen für mich? Oh, ich danke dir Äh, Tobi Ich glaub du hast wieder die erlebt Äh, vor allen Dingen Du willst die ganze Zeit Jump'n'Run Und du fällst die ganze Zeit runter, ne? Ja, das Problem ist Wenn es ein Jump'n'Run ist Dann kann ich das nicht Das Jump'n'Run ist so easy, Alter Das ist so motherfucking einfach Nein Nein, das ist gut Das ist, das ist so einfach eigentlich Okay Ja Du kannst sowas Ich kann sowas Als könnte ich Jump'n'Run Ich bitte dich Du fällst das besser als ich glaub mir Wollen wir mal Spot Wollen wir mal Spot Ja komm du, du So Homo, komm runter Komm runter Komm runter Teleportier dich einfach Nein Die fängt dich mit beiden Armen offen Okay Die fangen mich auf Und dem Schwert nach oben gehalten Rrrr Spring Pfff So Können wir jetzt weitermachen Ja komm Ich glaub wir Brauch' Oh mein Gott Ähm War das jetzt hier schon wieder? Das sieht voll schön aus Ich teile meinen Jump'n'Run Skills Checkpoint Skills Wuuuuh Skills Weißt du er springt ins Wasser Nennt das Skills Äh Hint Ein Hinweis Oh Pfeile 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 Meine Pfeile Äh hier Willst du Pfeile haben hier? Ja Kotzt mich an Aua nicht schlagen kotzen Ist doch fast das gleiche So Hint 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 on the next page Only read it if you really have no idea what to do Ich hab generell keine Ahnung bei dieser Adventure Map Was ich machen muss Hurensohn Map Dann lies mal Nö Äh Erst wenn wir keinen Plan haben was wir machen müssen Den haben wir nicht Haben wir nicht Da drin Da Ich weiß wo wir rein schießen müssen Genau da oben Da wir müssen schießen Denk ich mal Wo denn? Wo rein? Wo? Da oben ist so ne So ein Sonnending Sonnending? Ja dieses Dieses da 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 Dieses da 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 Das da 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 Genau Da müssen wir Ja aber So ein Schaffen Weiß ich doch nicht Hint Jump and shoot while falling Ah Archery Skills Again Tobi das ist doch was für dich Gib her Ich skill Ach du heilige Scheiße Wir müssen gleichzeitig fallen und schießen Da Dürfen wir uns einen Bogen und Feile schieten Der Crafting Pad kann das Der Crafting Pad kann das Gleichzeitig springen und schießen Der ist da total gut mit Ich bin fast tot Kann man da nicht irgendwie rein springen? Pass mal auf Wir geben uns jetzt mal einen Bogen Ich hab nur einen Ich hab nur einen Ja aber damit Blue und ich Steve und ich das auch machen können Und Erro Habts geschafft? Nein Hier Ah da ist in der Mitte genau In der Mitte ist genau so ein Steve kommst du nach oben? Äh jo Und Feile Wart ich Weißt du Er springt vor mich Er springt vor mich Er springt genau vor mich Ah herrlich Ich glaub ich hab bisher den größten Deathcounter so Warte wo bist denn du? Nein ich hab den größten Da oben Ah hier Hast du? Jo Pass mal auf Was ist das Ziel überhaupt? Äh in der Mitte ist genau so ein Ding Mein Handy Warte mal Man schafft das bestimmt auch wenn man hier steht Bestimmt Wie oft wollt ihr mir eigentlich neu in den Arsch schießen alter Ihr Hurensöhne Geh weg das ist mein Meins dann Das kann doch nicht sein alter Genau Genau da in der Mitte ist was Hey wake up Ich muss gucken wer mich angeschrieben hat Ist wichtig Ok da konnte ich nicht Ich kann jetzt mal ins Wasser springen Anstatt auf den Boden zu springen Dann sterb ich auch nicht Alter was ist das schon wieder für ne Hurensohn scheiße Mal ganz im Ernst Pass mal auf ich meinst 360 No look Und Schuss 360 Oh Ups Lol Ich bin durchgefallen Was mach ich meinst ich mach jetzt wieder ein 360 Diesmal von oben Auerbach komm mach mal ein Auerbach Wo gehst denn dann hier überhaupt Übrigens Die Tür ist schon längst offen ne Wie was wo Ja weil ich getroffen hab grad mit meinem 360 Natürlich mit deinem 360 Alter das ist mein 360 Gewesen Treasure room Hey Schatzkammer Ab nach unten Bitch Halt dir bereit Team arbeit Warte Äh ich hänge in irgendwas drin AAH Ich hänge in euch beiden drinne Ist das heklig Ist das heklig Ist das heklig Ist das heklig Das ist nur ein Sohn Alter Bis Ist das heklig Ist das heklig Ist das heklig Das heklig Ist das heklig Ist das heklig gestern geht oder generell irgendwas. Hey, need a hand. Warte, wir kriegen uns wieder hier geholfen. Warte, ich komme runter. Was? The Lost Potential Chapter 1 ends hier? Hey, was ist das? Ich habe die Adventure Map so nicht gecheckt, Alter. Ach du Scheiße. Okay, das ist wirklich in die einzelnen Kapitel aufgelegt. Ja toll, und was haben wir jetzt gemacht? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir total rumgeirrt sind, dass wir total planlos waren, dass die Adventure Map eigentlich so total komisch war. Und dieser Hurensohn, ne? Dieser Hurensohn hier. Scheiße, du hast ein Eisenschwert. Weißt du, wie du rauskommst? Das ist ganz einfach. Indem ich dir in den Kopf geschossen hab. Und die Klanetta. Ganz einfach. Ja, cool. Jetzt haben wir total verwirrten Zeugs die Adventure Map durchgespielt. Toll, super. Die war echt spitze. Wir machen Teil 2 auch noch, oder? Einfach nur aus Prinzip, weil die erste hier eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich sie finden sollte. Vielleicht klärt die zweite hier was auf. Genau. Oder vielleicht war es echt so, dass wir zwischendurch diese, obwohl, ne, wir haben ja hier Kommandozeilen bekommen. Hier von wegen gerade. Von daher, denke ich mal, ist das einfach nur eine storylose Map gewesen. Ja, oder halt das... Nee, das hat eine Story von Alika und so. Ja, eben. Das wird halt nur in Chapter 2 dann weitergemacht. Ich check's trotzdem nicht. Sorry, war schon komisch. Aber wir sind unter den 70 Minuten geblieben. Ja? Ja, wir sind jetzt bei nicht mal einer Stunde. Echt, Mann? Wir sind... 57 Minuten. Alter, nice. Dann können wir vier Parts machen, dann sind wir fertig. Ist so, geil. Nice. Mann, du PvP, du hackst doch. Watt für PvP, Hä? Was für PvP bin ich? Alter, ich spiel so wenig Minecraft. Robi, hör auf, ich mach nix. Ich bin nur der Trinker. Ja, okay, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit der Adventure Map. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Die anderen beiden Schwuchteln findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das sind total die scheiß Arschlöcher. Hey, so nicht. Ich check diese Adventure Map echt nicht, Alter. Die ist so sinnlos. Der Sinn ist darin, dass wir uns töten. Fertig. Ja, eben. Ja, guck mal, wer hat jetzt hier... Wer hat die Kartoffel genommen von euch beiden? Hm, hm, hm? Keine Antikartoffel gehabt. Was? Du lügst mich Antikate. Du lügst mich... Und ich dachte, du lügst mich nie ab. Schau dich doch nicht mehr an dabei. Ja, gut. Wer macht jetzt Enddingens? Ich würde einfach mal sagen, das war's. Und wir sehen uns einfach in irgendeiner Adventure Map wieder. Oder so. Keine Ahnung. Ja, gut. Haut doch einmal, liebe Freunde. Bis. Halt die Fresse, Junge. Junge. Nein, Tobi, aus jetzt. Mach das. So. So, Jungs, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, ein Favor, wie immer wisst ihr ja, abonniert mich und auch die Jungs, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, wir sehen uns dann in Chapter 2 von The Lost Potato mit den zwei Verknackten wieder. Tschüss. 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 Tschüss.